Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Microsoft Sicherheitsalarm, Fehler DW6VD36. Microsoft Sicherheitsalarm, Fehler Nummer DW6VD36. Ihr Computer hat uns alarmiert, dass er mit schädlichen Trojanern infiziert wurde. Diese Viren schicken ihre Kreditkartendaten, Facebook-Logins sowie persönliche und private Daten über Remote-IP-Adressen an Hacker weiter. Bitte rufen Sie uns sofort unter der angegebenen kostenlosen Nummer an, damit unsere Microsoft-Support-Ingenieure Sie per Telefon durch den Lösungsvorgang führen können. Wenn Sie diese Seite schließen, bevor Sie uns anrufen, müssen wir Ihren Computer deaktivieren, damit weitere Schäden an unserem Netzwerk verhindert werden. Außerdem werden wir eine Kopie dieses Berichts an die Netzsicherheit schicken, um weitere Schritte einzuleiten. Habt ihr auch schon mal so einen Blödsinn bekommen? Tja, könnte ziemlich beeindruckend wirken. Auf Menschen, die sich nicht mit Computer auskennen und, naja, vielleicht denn lieber doch nicht unbeaufsichtigten Computer bedienen sollten. Dazu gehören entweder, ja, jüngere Menschen oder auch einfach ältere Menschen, die sich damit nicht auskennen. Hier könnte es tatsächlich dazu führen, dass der ein oder andere tatsächlich auf der Telefonnummer anruft und sich, ja, in die Hände von irgend so einem komischen, unseriösen Windows-Support begnügt. Tja, und was da passiert, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Es wird definitiv kein deutscher Mitarbeiter rangehen, sondern höchstwahrscheinlich jemand mit indischem Akzent. Diese Personen, die erzählen euch dann die Geschichte weiter, die hier angefangen hat. Aber es fängt schon damit an. Microsoft-Sicherheitsalarm. Fehler DW6VD36. Das ist alles Fake. Das ist absoluter Quatsch. Vor allem passiert euch sowas immer nur dann, wenn ihr in einem Internetfenster surft. Das heißt, ihr nutzt gerade den Firefox, den Internet Explorer, den Google Chrome Browser, den Opera, den Netscape oder was es da sonst noch so alles gibt. Und nichtsahnend öffnet sich diese Seite. Dann geht das ganze Spielchen aber weiter. Ihr hört erstmal diese, naja, bedrohlich klingende Nachricht und seht das Pop-up, wo ihr ein Passwort eingeben sollt. Das Passwort, das bekommt ihr tatsächlich genannt, wenn ihr bei dieser Microsoft-Nummer anruft, damit man das wieder entsperren kann. Naja, warum ruft man da überhaupt an? Warum macht man das Fenster nicht einfach zu? Tja, das könnte daran liegen, dass das Fenster, das ihr da geöffnet habt, sich nicht schließen lässt. Auch nicht, wenn ihr oben auf das rote Kreuzchen drückt. Es gibt ja Skript-Software in JavaScript, die man in eine Webseite einfügen kann, was dann dazu führt, dass man die Navigation des Browsers nicht mehr benutzen kann. Also von eurem Internetfenster. Ihr könnt das rote Kreuzchen drücken, so viel wie ihr wollt. Ihr bekommt das Fenster einfach nicht zu. Und diese Nachricht, diese bedrohliche, läuft einfach in Dauerschleife weiter. Und ihr seht die ganze Zeit diese tolle Service-Nummer, die ihr anrufen sollt. Und es ist ja auch kostenlos. Und wenn ihr euch da nicht meldet, dann wird euer Computer deaktiviert. Und sagt man euch in dem Video oder in der Nachricht oder was auch immer das darstellen soll, dass das alles gelogen ist, das sollte euch auf jeden Fall bewusst und auch klar werden. Denn man kann das Fenster wieder schließen. Man muss allerdings wissen, wie. Dazu braucht ihr gleichzeitig drei Finger an zwei Händen. Man nennt das auch den sogenannten Affengriff. Ihr benutzt oder ihr drückt gleichzeitig auf der Tastatur, Steuerung, Alt und die Taste Entfernen. Drückt das einfach gleichzeitig und dann öffnet sich der Taskmanager von eurem Computer. Hier sucht ihr einfach auf der Seite, die ihr dann seht, das Programm raus, mit dem ihr im Internet seid. Also wenn ihr mit dem Firefox surft, dann sollte da der Firefox auch in der Liste zu finden sein. Ist es der Internet Explorer, findet ihr den Internet Explorer dort in der Liste. Dann klickt ihr einfach mit der rechten Maustaste drauf und zwingt den Computer, das Browserfenster zu schließen. Wichtig ist, wenn ihr dann euer Internetfenster wieder öffnen möchtet, dann stellt die Tabs, die geöffnet waren, nicht wieder her. Ansonsten habt ihr den gleichen Fehler von vorne und kommt nicht weiter. Beziehungsweise wer sich auskennt, beim Tab wiederherstellen kann man auch bestimmte Tabs auswählen und ein bestimmtes dann in diesem Fall wieder abwählen. Dann könnte man alle Tabs, die vorher geöffnet waren, auch mit einem Schlag wieder öffnen. Hat man ja oft so, dass die Arbeitsfläche auf dem Computer ziemlich zugemüllt ist und man noch viele Fenster hatte, die man jetzt noch eigentlich brauchte, aber sie nicht abgespeichert hat. Ja, man rechnet ja auch nicht mit sowas. Das Schlimme ist, es gibt Menschen, die da anrufen und dann für irgendwelche Leistungen, die gar nicht passieren, bezahlen. Denn diese kostenlose Rufnummer ist auch nur kostenlos anzurufen, aber wenn ihr die Leistungen dort nutzen möchtet, damit man euren Computer wieder freigibt, die kosten Geld. Bevor man da das Passwort und die Zugangsdaten eingibt, um dieses Fenster wieder zu deblockieren, möchte man das bekannte Programm Anydesk oder vielleicht auch TeamView oder ein anderes Remote-Steuerungssoftware-Programm auf euren Computer laden. Das heißt, man wird euch auch wieder hier am Telefon eine tolle Geschichte und eine nette Story erzählen, dass ihr euer Fernwartungsprogramm installieren sollt oder öffnen sollt, je nachdem, ob es schon vorhanden ist oder nicht. Bei den meisten muss es ja sicherlich noch installiert werden und die Betrüger, die helfen euch dann bei der Installation einer Fernsteuerungssoftware für euren Computer. Was dann da passiert, ich denke, das ist jedem klar. Die Betrüger versuchen tiefer auf eure Systeme zu gelangen, um, ja, eventuell dann tatsächlich erst einen Virus zu blockieren oder zu installieren, besser gesagt. Und damit man euch ausspähen kann, damit man eure Passwortdaten hat, damit man eure Login-Daten hat und, ja, wenn es geht, vielleicht noch irgendwo auf dem Computer euer Personalausweis, äh, ja, ungeschützt zu finden ist. Was dann mit den Daten und mit den Sachen passiert, das brauche ich euch nicht erzählen. Da passiert nichts Gutes hinterher mit. Die Daten werden missbraucht. Dafür bezahlt ihr auch noch Geld. Dafür, dass ihr euren Computer reparieren lasst. Tja, von daher grundsätzlich die Finger von sowas lassen. Und solltet ihr euch mit sowas nicht auskennen und euer Computer reagiert irgendwie, wie er nicht reagieren sollte und ihr seid euch unsicher, ja, geht auf kein Angebot ein, was da gerade direkt auf dem Display auftaucht. Die Masche, die ich euch hier gezeigt habe, die gibt es auch noch in verschiedenen anderen Maschen und Varianten und Variationen. Die Microsoft-Betrüger, die rufen ja zwischendurch auch mittlerweile einfach so bei den Leuten an. Bei mir haben sie es noch nicht getan. Sobald sie es tun, werdet ihr das hier auf jeden Fall auch mal auf dem Kanal hören. Ja, aber dieser Microsoft-Sicherheitsalarm, der ist nichts anderes als Blödsinn. Auch Remote-IP, Desktop-Verbindung, bla, irgendwas, das ist alles Blödsinn. Bei welcher Sicherheitsbehörde möchte man euch denn melden, wenn ihr da nicht drauf reagiert? Es gibt da keine Behörde. Das ganze Skript, was da vorgelesen wird und sich ziemlich ernst und bedrohlich anhört und auch in perfektem Deutsch vorgelesen wird, das ist nichts anderes als ausgedacht und kompletter Bullshit. Nichts davon ergibt Sinn. Nichts davon ist echt. Und das sollte man auf jeden Fall wissen. Von daher hoffe ich, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es diese Masche gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Heilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne auch einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal hier gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.